So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute in der Folge geht es um, wie Capital Bra an Helene Fischer baggert. Ja, schon im Sommer 2018 wurde klar, dass der 24-Jährige sehr gern Kontakt mit der Schlagerkönigin aufnehmen würde. Er schickte ihr in seinen Instagram-Stories immer wieder Grüße. Und als das Liebesaus von Helene Fischer und Florian Silbereisen bekannt wurde, hielt sich Capital Bra nicht lange zurück. Seine Botschaft an Helene, du hast was Besonderes verdient. Ich bin da, falls du mit jemandem reden willst. Du kannst mir vertrauen und ich bin nicht so einer. Ach ja, Ende Mai erneuert er seine Avancen und sprach über Künstler, mit denen er liebend gern eine Zusammenarbeit machen würde. Mit dabei, wen wundert's, Helene Fischer. Diese lehnte aber ab und das laut Capital Bra bereits fünfmal. Hartnäckigkeit oder ist es schon Aufdringlichkeit? Scheint eine Charaktereigenschaft des Rappers zu sein. Denn nur einen Monat später versucht er es erneut. Nicht sehr subtil spricht Capital Bra in einem Instagram-Video über die gefloppte englischsprachige Single von Helene. Mega-Flop für Helene Fischer. Wir holen die raus, oder? Mach doch ein Feature mit Samra und den Bratern und schon sieht die Welt ganz anders aus, so der Rapper. Ein Song von Helene Fischer und Capital Bra. Klar, zugegeben, es könnte Charts Gold sein, aber es wird wohl niemals dazu kommen. Die Frage ist nur, wann auch Capital Bra das Einsehen und seine Angebote einstellen wird. So, das war's schon wieder mit einer anderen Folge von Einfach Wissen. Falls euch die Folge gefallen hat, schreibt's in die Kommentare. Schreibt doch mal, was ihr darüber denkt. Also glaubt ihr, Capital Bra hat eine Chance bei Helene Fischer und würdet ihr das gerne hören? Also ich bin kein großer Fan von seiner Musik, aber vielleicht seid ihr es ja und sagt, warum würde das gut passen? Schreibt's einfach mal in die Kommentare. Ansonsten bis zur nächsten Folge und ciao! Bis zum nächsten Mal.